Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Pong. Ja, wir stehen schon wieder vor einer Tür. Das war ein recht kurzes, eine sehr kurze Zone. Da ist nur ein Huhn und ein Pinguin drin. Ja, und deshalb gehen wir da direkt durch, denn dadurch gelangen wir direkt in die nächste Zone. Das ist die Zone 6, glaube ich jetzt mittlerweile. Nein, 7 schon. Und ja, dann sind wir ja schon fast am Ende. Also wir sind jetzt ganz oben und das ist dann sozusagen ja erstmal das offizielle Abschlusslevel. Und da gehen wir direkt rein und ihr werdet merken, was es damit auf sich hat. Also Leveltypen Game 1, 2 und 3. Ja, einfach wird durchnummeriert. Und wir spielen jetzt hier auf diesem Atari-Logo. Und dieses Atari-Logo wird jetzt gleich immer bunte Bälle zeigen. Hier ein gelber und der muss natürlich hier in das gelbe Loch rein. Dann haben wir ein rotes, das muss in das rote Loch rein. Und natürlich das blaue, das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich erschließen, wo das hin muss. Und dann geht es eine Stufe hoch und dann geht es munter weiter mit weiteren Bällen. Also das geht es die ganze Zeit so weiter. Und ihr seht ja auch, ja, das Atari-Logo ist so ein bisschen gebogen. Wow, jetzt haben wir da zwei Bälle. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Das Atari-Logo ist so ein bisschen gebogen und deshalb wird es immer schwieriger, weil die Bälle schneller runterhüpfen und zwar schneller runterrollen. Idealerweise schafft man es so, wie ich es jetzt gepackt habe, einfach einmal anschneiden und dann rollt die Kugel dementsprechend in das entsprechend farbige Ding. Der, genau, und jetzt gehen wir eben so weit runter, bis es, also der Ball, wenn man daneben schlägt, hat man nicht sofort verloren, sondern er rollt dann eben eine Stufe weiter nach unten, bis er irgendwo mal in die richtige farbige Kerbe reinfällt. Und das kann, wenn man Pech hat, ziemlich weit nach unten gehen. Das heißt, das Gute ist, man muss nicht wieder von komplett vorne anfangen. Der Schlechte ist, ja, man sollte halt trotzdem aufpassen. So, der Gelbe kommt in die Ecke. Der Blaue kommt da rein. Und das Gelbe. Ja, und das müssen wir jetzt schaffen bis nach ganz oben. Wir sehen das Ende schon, also das ist jetzt hier noch nicht so schwer. Oh, außer man macht Blödsinn. Dann macht es das natürlich schon schwer. Ja, nein, nein, nein. Ja. Gut, dann fangen wir nochmal von vorne an. Also wir haben das Ziel schon gesehen, ja, das war ja schon mal nicht schlecht. Und, ähm, naja, ihr seht, es ist machbar. In dieser, in dieser Schwierigkeitsstufe ist es auf alle Fälle noch machbar. Die anderen sind natürlich schwerer. Und dann schauen wir halt mal, wie weit wir so kommen. Also hier unten ist es recht einfach, die Bälle sind noch nicht so steil und, äh, beziehungsweise der Hang ist noch nicht so steil und die Bälle rollen dementsprechend noch nicht so schnell. Man hat viel mehr Zeit, man kann besser zielen. Und, äh, die kommen auch noch nicht, äh, doppelt. So, zwei haben wir geschafft. Dahinter in die Ecke. Bis dahin. Und dann haben wir noch einen übrig. So, da waren wir schon mal. Nein, nein, nein. Das ist dreckig. Ich schaff's auch immer, dass, dass es genau die, ähm, Spalte nimmt, wo die Farbe nicht drin ist. Hm. Ja, also man kann, man kann sich viel versauen, aber wenn man Glück hat, verliert man nur zwei, drei Punkte oder sowas. Ja. Na, so. Also prinzipiell ist das offiziell das Abschlusslevel, ähm. Ja, mal schauen. Vielleicht kippt's ja doch noch was. Ja. Wer weiß das schon? Also ich weiß es. Ihr wahrscheinlich nicht. Weil ich glaub, die wenigsten kennen sowieso das Spiel. Ich bin sowieso stolz auf jeden, der jetzt wirklich, äh, sich so viele Teile von Pong angeschaut hat. Aber ich fand's an sich ein interessantes Let's Play. Das ist mir noch zu unsicher. Nein! Nein! Na, Gott sei Dank. Nur eine, eine Spalte runter. Ähm, ich fand's trotzdem ein interessantes Let's Play, weil, äh, es ist natürlich immer Pong, aber, äh, da die Level so unterschiedlich sind und auch wirklich viele kreative Ideen dabei waren, ähm, hat man doch, äh, na, war's doch recht abwechslungsreich. Also zumindest für mich zum Spielen, ich denk zum Zuschauen auch. So, hier waren wir beim letzten Mal, den gelben hab ich auch noch geschafft und dann hat's mich diesen, den blauen total zerhauen. Ich nehm jetzt nicht der Rote darüber, das klappt. Ich glaub, das ist jetzt... Oh, 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 merkt ihr, merkt ihr, wie schnell der runter geht? Und, haben wir's geschafft? Wir haben's geschafft! Wir sind ganz oben auf dem Atari-Logo, auf der, äh, linkesten Säule? Nennt man das Säule? Das ist schon ein Logoteil. Und, äh, ihr seht, der eine Ding ist komplett, also wir haben, äh, die einfachste Schwierigkeitsstufe komplett abgeschlossen. Und jetzt kriegen wir hier so eine ganz tolle, äh, Sequenz, wo irgendwie der Ton fehlt, aber egal. You have completed, äh, das, das blinkt mir zu schnell. Check, Options, Screens, Pong Stage 1. Okay, das haben wir jetzt alles geschafft, das find ich schön. Ähm, ja, ja. Ja, und wie komm ich jetzt wieder weg? Äh, äh, ja, vielleicht mit... Das Problem ist, ich weiß nicht, ich spiele auf der Tastatur und hier werden nur die... Genau, da sehen wir die Zone 8, aber die, die möchte ich euch jetzt eigentlich noch gar nicht zeigen. Und, äh, deshalb gehen wir jetzt hier wieder rein, weil wir haben natürlich auch noch Level 2 zu spielen. Natürlich haben wir auch noch Level 2 zu spielen. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Also nochmal auf diesen Bogen. Wir müssen 6 Punkte erreichen, also 6 Mal nach oben schaffen. Und, äh, ich glaube mir, es wird schwieriger, weil... Ihr seht, jetzt kommen sie gleichzeitig. Hier unten, wie gesagt, noch nicht sonderlich schwer, weil... Die bewegen sich noch nicht so schnell. Aber ab jetzt wird's schon etwas kniffliger. Wow, da kommt ein blauer an, an der ganz anderen Seite. Drei haben wir, Halbzeit. Okay. Hört das hin? Nein. Nein, nein. Der hätte wahrscheinlich getroffen. Ah, ärgerlich. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo die dritte Stage dann hingeht. Weil das ist ja dann nur gerade. Ja, ganz ruhig. Ich finde die Musik sehr entspannend. Naja, entspannend ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber... Nett. Sagen wir nett. Kann man anhören. Kann man aber auch zum Einschlafen anhören. Also... Nein. Das war blöd. Ah. Ah. Puh, geschafft. So, da waren wir vorhin auch schon mal. Nein, der ist irgendwie zur Seite gerutscht. Habt ihr es gesehen? Das war gemein. Jetzt sind wir wieder auf Stufe 1. Na, toll. Das haben wir recht schnell geschafft, weil der eine rote war ja schon weg. Das ist auch wieder so ein, äh, ja, ein Fehler. Und man ist wieder relativ weit unten und man kann es nicht wieder gut machen. Und es wird ja nicht leichter, gell? Aber man kriegt es natürlich irgendwann mal raus, wie man... Und wie man umgehen muss mit den Dingern. Aber das war schon wieder ein Fehler. Ach, leck mich doch. Und dann, ja, wir kommen wieder ganz unten. Das ist nicht einfach. Ich hab nicht gesagt, dass es einfach ist. Von der Theorie ist es einfach, ja. Spiegel die Kugel in die richtige Farbe rein. Es sind ja nur drei. Aber es muss halt dann sehr gut gezielt werden. Und das macht es dann schwieriger. Und wenn es so klappt wie eben, wunderbar. Okay, und die gelbe. Passt. So, höchste Stufe. Gelb. Nein, verflucht. Jetzt sind wir wieder ganz unten. Also, wir waren mal kurzfristig in Stufe 3. Und jetzt hab ich total... Naja, wir waren ja eh ganz unten. Egal. Also, checkpoints wären schon praktisch, sagen wir es mal so nett. Wären nett gewesen. Aber es ist eben auch wieder dieses Problem. Wenn man es nicht beim ersten Versuch sofort hinkriegt, dann wird es sehr schwierig. Weil der Ball dann eben sehr leicht einfach mal verschringt. Und... Ja, dann hat man Mühe. Ja, jetzt kam ich nicht mehr hinter, weil sonst hätte ich den Ball gespielt wieder. Brillant. Ich glaube, hier kam der Blaue raus. Genau. Passt. Dann kämpfen wir uns wieder nach oben. So, nochmal. Gelb. 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 So, noch eine Stufe. Noch einmal. Passt. Nein. Hast du gesehen, wie der zur Seite gegangen ist? Wahnsinn. Ja, das ist eben das Problem, weil es oben sehr, sehr steil ist. Ja, dann kann man die Flugbahn nicht mehr so ganz gut berechnen. Also berechnen, also... Beurteilen, wie... Das war wieder nichts. Und schon sind wir wieder ganz unten. Juhu. Da kommt Freude auf. Ich meine, die unten sind ja gar kein Problem. Aber genau deshalb finde ich es motivierend, weil... Also ich meine, ich habe jetzt bei den anderen Leveln öfters mal ein bisschen gelästert, so im Sinne von, ja, es ist doof, dass man halt keine Checkpoints hat. Natürlich ist es doof, aber in dem Fall ist es unten so einfach, dass man einfach fast nicht... Hast du ja gesehen, was der für eine Kurve gefahren ist? Super! Das fand ich unfair. Ja, dass es halt doch relativ motivierend ist, weil man recht schnell wieder oben ist. Also wenn ich jetzt erst wieder 10 Minuten lang versuchen muss, was Schwieriges zu meistern, dann finde ich es unmotivierend. Aber in dem Fall ist es so, hey, ich bin ja schon fast oben. Es sind ja nur 5 oder 6 Level. Und so im Sinne von, hey, ich will das schaffen. Ja, das... Auch jetzt war ich zu langsam. Ich bin so froh, dass dieses Level keine nervige Musik hat. Das wäre nervig. Gut, ich könnte es ausdrehen. Ach, wie ja, jetzt habe ich es nicht aus dem Anschneiden bekommen. Aber hier, wie gesagt, es ist ja mit dem... Man muss ja nicht immer komplett von vorne anfangen. Manchmal hat man ja das Glück, dass es nur 1, 2 Stufen runter geht. Das war wieder zu viel. Und diesmal sind wir wieder ganz unten. Yay! Hauptsache sind keine Eier mit irgendwelchen komischen Hühnern. Das finde ich auch schon mal sehr wichtig. Was, blöde. So, jetzt wird es ein bisschen stressig. Puh. Gerade so noch geschafft. Blau darüber. Rot dahin. Und nochmal gelb. Dahin. So, jetzt nochmal. Rot und... Gelb. Und letzte Stufe. Nein! Millimeter wenig, zu wenig angeschnitten. Einen Millimeter zu wenig. Jetzt kriegen wir doch bitte hin. Ich sage jetzt, also ich werde irgendwie... Physik finde ich jetzt einen falschen Begriff, aber... Ihr wisst, was ich meine. Also, die Physik ganz oben ist so anders wie bei den Dingern drunter. So, und den gelben. So, nochmal. Letztes Stage. Diesmal schaffen wir es. Ja. Oder auch nicht. Die sind so schnell. Und die müssen im ersten Ansatz eigentlich passen, weil sonst hat man keine Chance mehr. Das war ganz... Ja, das war Skill. Das war... Das hat nichts mit Glück zu tun. Das war Skill. So, nochmal versuchen. Boah! Noch einer! Ja! Wir haben es geschafft. Wir haben die zweite Stufe erreicht. Juhu! 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 Gut! Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Also, zweite Stufe auch. Eher nicht abgeschlossen, weil wir doch ein paar übersprungen haben. Aber das macht nichts. Und jetzt muss ich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, weil... Speicherplatz gucken und so. Ehh. Kleinen Moment. So, noch genügend Speicherplatz vorhanden. Also können wir dann gleich mit Stufe 3 weitermachen. Und ja, jetzt ist es relativ generell allgemein steil. Und wir müssen zwölf Punkte erreichen. Zwölf Level. Und die Kamera ist nicht sehr hilfreich, muss ich zugeben. Wenn es aber bei dieser... Also wenn... Wenn es so bleibt mit der Geschwindigkeit, dann ist es ja fast machbar. Also ich will jetzt nicht groß vorausschreien, aber... Also ich muss zugeben, zwölf Level auf... So wie vorhin mit der... Mit dieser... Äh, doch recht schnellen... Wahh... Äh, schnellen... Mit diesem Hang, sozusagen. Das ist schon schwer. Aber ihr merkt schon, hier... Hier kommen dafür die Bälle deutlich schneller. Das ist hier wahrscheinlich dann die... Schwierigkeit, dass man... Damit dann besser zurechtkommt. Vier haben wir schon von zwölf. Das passt. Das passt auch. Und der blaue, da muss man ein bisschen weiter rüber. Oh, oh. Das ist einfach. Das ist sympathisch. Einfach mal nur die Farben. Der blaue kann bleiben. Das war auch einfach eigentlich. War nur ein bisschen überrascht am Anfang. Boah, Alter. Das war jetzt ein bisschen blöd. Das ist doch rote beim gelben und umgekehrt. Ja, aber das kriege ich noch hin. Acht. Passt. Der muss da rüber. Und der grüne muss da hin. Ah, das ist mir zu risikoreich. Ein bisschen zurück. Neun. Okay, okay, passt. Boah, zehn. Ich bin ein bisschen nervös. Okay, okay, okay. Ich habe jetzt echt Angst vor dem letzten Level. Nein. Verdammt. Verdammt. Nein, komm. Oh, danke. Da haben wir jetzt verdammt viele... Ach, nö. Ach, nö. Das wäre ja zu einfach gewesen, wenn wir das einfach mal bis... Wenn wir das einfach mal in einem Marsch-Durchmarsch geschafft hätten. Das ist die beiden, die sind fies. Der eine links und der andere rechts und die müssen genau in die gegenüberliegende Ecke. Das ist wirklich fies. So. Immer noch aufgeregt. Nein, jetzt ist der blaue daneben gegangen. Okay, aber das habe ich jetzt mittlerweile so ein bisschen raus. Bin immer noch relativ weit oben. Der grüne passt. Den kenne ich mittlerweile. Jetzt aber. Der blaue muss da hin. Der brote muss in der Mitte. Der andere Brote passt. Das war ganz schön knapp, aber okay. Blau, da hin. Nein. Aber Glück gehabt im Unglück. Ganz weit runter. Nochmal. Blau darüber. Rot, ein bisschen. Jetzt haben wir dasselbe Problem wieder. Doof. Grün passt. Ah, blau, falsche Richtung. Ah. Ah, ah, ah. Boah. Glück gehabt. Ich habe ihm gerade die Farben total vertauscht. Okay. Es ist machbar. Es ist machbar. Blau darüber. Rot passt. Gelb passt. Letzte Stufe. Nein, nein. Nein, das war eins. Jetzt rutscht es wieder ganz runter. Ah. Ja, das meine ich eben. Ach, nee. Man muss halt hier wirklich, äh... ...genau treffen. Und zwar mit dem ersten... ...Kontakt eigentlich. ...ansonsten hat man einfach keine Chance. Ja, okay. Ja, okay. Blau drüber. ...ja, grün. Ja, grün. Ja, grün. Blau. Rot. Ja, die sind auch mal sicher. ...ja, die sind auch mal sicher. Nein. Immer dasselbe. Immer dasselbe. Aber das einzig Gute an der Sache ist... ...äh, das war blöd. Das war okay. Wir müssen nicht wieder komplett vorne anfangen. Das ist sehr beruhigend. Könnt euch nicht vorstellen, wie beruhigend das ist. Puh, so. Nein, ich... ...ich muss nur merken, dass ich den roten lasse. Den roten... ...wenn der gelbe runterfällt, falle ich vier runter. Wenn der rote runterfällt, dann... ...nicht so viel. Aber das sagt sich mir so. Vielleicht man nimmt halt immer den nächsten Ball, der irgendwie... ...möglichst erreichbar ist. Blau. Rot. Ah, der ist ein bisschen weit. Nochmal. Nochmal. Passend. Gut. Also, wenn es nicht passt, lass den roten. Lass den roten. Gut. So. Blau. Rüber. Rot. Ein bisschen rüber. Das war schon wieder nichts. Das war gar nicht schlecht, aber... ...nicht ideal. Ich habe jetzt fast gedacht, der blaue geht durch. Okay. Blau. Rüber. Rot. Ein bisschen rüber. Gelb. So. Nochmal. Letzte Stufe. Blau. Gelb. Rot. Und? Yes! 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 Boah. 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 Nervenzerreibend. Ja, du Wahnsinn. Unglaublich. Wahnsinn. Boah. Doh. Also, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss.